Okay, die hinten. Gut. Okay, das hört sich gut an. So. Vielleicht, wir lassen mal nur das Spine. So. Und bleib bitte drüber. Tschüss, das ist mir gefallen. Danke sehr. Nehmt mal gerne mit. Sollten Videospiegel hier drin sein. So, wo geht's weiter? Hat sich das Portal wieder geöffnet, oder? Äh. Oder eher so weniger. Sieht gerade nach mir eher so weniger aus. Hm. 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 Gucken wir mal. Vielleicht muss ich auch mal wieder einfach nur auf die andere Seite. Also warte, nein, ich bin ja gerade auf der anderen Seite, aber, äh, ich meine auf die andere Seite vom Gang. Ja. Aha, 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 aha. Okay. Nein, nein. Reindorf. Bep. Ja. Okay. Schulnahgang. Ah. Hey, ich hasse die Gefühle. Ich weiß nicht, wo der letzte Safe kommt. Deswegen ist das hier unfaktisch, dass die das... dass die hier das hier machen. Lauf, 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 lauf! Ich vertraue dem Bucher nicht. Ich habe eine bessere Idee. Diese. Okay. Gut. Während, äh... Ach nee, sag bloß. Ach nee, sag bloß. Solltet ihr... langsam die Idee bekommen, hier rauszuholen. Cool. Stimme ich gerne zu. Äh... Wo sieht der nächste Ausgang? Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ihr seid nicht. Seht ihr noch die Saal? Seht ihr noch die Auslösung? Seht ihr noch die Auslösung? Aua. So. So. Mach's gut. Danke. Und dann haben wir hier noch einen, der... näher ist. Die anscheinend nicht genug zu tun bekommt. Au. Au. Leute, so viel Leben hab ich nicht. Mach nicht sowas. Mach nicht sowas. Könntet ihr nicht einfach tot bleiben? Ah, cool, noch eine Aufwertung. Äh... Was kriegen wir? Cool. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Interessant. Aha, aha. Ich finde den Rest mal wieder nicht gut. Ja, wie immer, ne? So wie im echten Leben. Oh, da. Aha. War nie so weit. Uncool. So. Ich geh davon aus, hier gibt's einfach mal nichts. Äh, dann kann ich hin. Ja, ich seh's schon. Oh, oh. 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 Ich will schon. Och, nö. Nein. Aus. 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 Böses. Böses Vieh. Okay. Oh. Ich hasse das. Ich hasse die Viecher. Ich hasse sie. So. Hätte man das nicht gelernt. Noch wer? Nein. Cool. Finde ich auch toll. Okay. Wir sind irgendwie darüber. Oh, hier gibt's doch was zum einsammeln. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Was gibt's hier? Der Featherwells fliehender Stuhl, 1976. Nate Featherwell, ein aufstrebender Bauchredner, hatte große Träume aber nicht viel Talent. Daher gab er sein gesamtes Vermögen für das Amulett einer Voodoo Priesterin aus. Korrekt verwendet wurde dessen Zauber Holz zum Leben erwecken. Nate wollte den Zauber auf seine Puppes Magie anwenden, benutzte ihn jedoch fälschlicherweise an dem Stuhl, auf dem er saß. Der nun lebendige, aber stets ignorierte Stuhl wurde ob der Aufmerksamkeit die Featherwells der leblosen Puppe zukommen ließ, so niedlich, dass er beide bei einem guterfüllten Holzhackerunfall beseitigte. Was? Der Stuhl konnte dann unbemerkt entkommen und ist bis heute flüchtig. Was? Okay. Ja, ähm, ich... Treppensteigen. Ach, nö, 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 nein, nein, kann ich, nein, nein, wie war's mit nein? Habe ich schon nein erwähnt? Nein, nein, wollte ich nicht. Außerdem... Wieso fällt alles zusammen? Au, 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 au! Oh, komm. Au. Wie soll man die Teile denn auch loswerden? Ähm, ja, ich will den Kontrollpunkt neu laden, der hoffentlich nicht 10 Kilometer weit entfernt ist. Äh. Läuft gut. Läuft sehr gut. Läuft sehr, sehr gut. Äh. Ladebittschirm. Wie schön es ist, dich wiederzusehen. Äh. Freude ist eher so begrenzt. Können wir weitermachen? Super. Haben wir den Stuhl eingesammelt? Super. Ja, ja, ich bin genau stolz. Bin auch schon auf dem Weg. Währenddessen ich hier noch teilweise ein paar Pücher verbrände. Nee, nee. Von klar, ich mach mich ja auch schon... Aua. Ganz langsam auf dem Weg. Ganz langsam, verstehe ich? Au, au, au. Wie soll ich denn... Hallo, Ladebittschirm. Ich hasse diese Stelle jetzt schon. Ich seh es doch schon kommen. Es wird ein langer Weg nach oben. Also ein sehr langer Weg hier. Ja, ja, schon verstanden. Nur diese scheiße Pücher... Pücher... Ich verstehe halt kein Schlaf an der Sache. Der hoch geht. Der hat aber auch ein Scheiß, wie wir den langen. Doch, ich werde nicht. Der ist nicht so schön. Der hat aber auch ein Schlaf. Der hat auch ein Beispiel. Der hat auch einen Schlaf. Oh, fuck. Fall werden wir hier auch mal mehr als für die Bücher los okay, weil so so nur wirklich viele da auch nicht lang solange ich hier von irgendwelchen Büchern weggebracht werde das stelle die fahrten die lehrer werden die belege bearbeiten hier ich so kommt so noch welche was das die durch und bleibt Okay, wir merken uns nicht wild reinrennen. Ein bisschen Logik verwenden. Woa, woa, woa. Uh, okay. Wo ist das Portal? Nebenbei erwähnt. Ups. Ah, das wollte ich nicht. Ah. Ah, das ist nicht. Ups. Nein. Rüber, 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 rüber. Ah, ja. Nein. Ja. Okay. Ehrlich? Ehrlich? Wieso nicht daran? Nein. Ich wüsste nicht, was ihr meinten könnt. Nein, ich weiß nicht. Jopp. 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 Könnte ich. Was weiß ich so? Ich krieg's mal. Ich packen, dass die Teile hier auch dranbleiben. Nack. Okay. Äh, du? Ja. Oh, noch wo die Idee. Ja, okay. Ah, Puzzle-Witzel. Frage mich. Ja, funktioniert. Ich hoffe mal, hier oben gibt's nichts weiter. Ich fühle mich hier leicht verarscht. Ach, das ist brutal, Halleluja. Schön, dass wir das hinter uns lassen konnten. Ich glaube, dass wir das hier gemacht haben. Ich glaube, dass wir das hier gemacht haben. Aber ich hoffe, das Portal würde uns zurückziehen uns zurück zu der Library. Actually, wir sind zurück in der Public Library. Die Dimensional Membrane muss sehr englisch hier sein. Ich habe mich auf den Puzzle-Witzel. Der Puzzle-Witzel. Ja. Ja, Azat-Lor hat ihn zu verlassen. Und er ist wahrscheinlich nicht sehr glücklich mit uns, um die Gauzerian Codex mit uns zu nehmen. Oh, ja? Was kann ein twistedes kleine Buchwurm tun, um uns zu schrauben? Er hat Elinor Twitty für ihn, als er lebend war. Und ein paar andere, um es zu schrauben. Hey, Collector! Wir nehmen dein Buch! Was denkst du daran? Ah, er ist gerade hinter mir, ist er? Ja, ich glaube, er hat seine Atenung bekommen, Ray. Oh, okay. Glaube ich auch. Oh, okay. Oh.